Am Skisport fasziniert mich das Adrenalin, das man verspürt, wenn man so ein bisschen runterfährt. Ich bin im SAS, weil ich das Studium und die Skikarriere kombinieren möchte. Ich bin im Sektion Lausanne von SAS. Ich studiere Wirtschaft und Management und bin aktuell Athlet von BKDR in Sushi. Ich freue mich an diese Woche, das ist das Season Opening. Alle Leute von SAS treffen hier. Wir sehen wieder alle von jeder Sektion. Der SAS, also der Schweizerische Akademische Skiklub, ist für mich eine Mischung zwischen Studentenverbindungen auf der einen Seite und Skirennclub auf der anderen Seite. Wir haben viele neue, gute Mitglieder. Wir haben eine sehr grosse, starke Studentennationalmannschaft. Die Universitätsklinik Balgrist ist für den SAS ein sehr wichtiger Partner. Und ein Partner, welcher wir das Gefühl haben, einen gemeinsamen Nenner zu haben. Durch die Verbindung von Balgrist mit der Universität, der Universitätsklinik und dem akademischen Skiklub. kann nicht zu essen werden. Das war wichtig. Das war die Universität der Industrialen. Die Sendung war die Universität der Sendung. Sie dringend für die Verkaufnahme.